so jetzt werden wir aber gewinnen ja da habe ich endlich meinen tausendsten win 999 kalkon 1 hat gleich seinen tausendsten bin ja gg jetzt werden alle auf dich ja nur müll ja dias und ja jetzt haben wir mal getauscht so hier so dann dreimal schärfe ok hast du noch ein eisen ich habe gar nichts ich habe nur die hast weil man rüstung ist ja war zu kurz so dass das so dann kriegst du das ok danke danke dann habe ich das so jetzt können wir losrennen wenn du möchtest sehr lieb so wasser einmal ich spreche aus erfahrung ja ich komme ich komme und die sind ja schon da hast du zauberer ja sonst hätten wir kein verzauberungstisch ich habe ein schwert noch gar nicht verzaubert ups muss ich noch machen ich habe den verzauerungstisch dabei kannst du oh ja danke wo bist du da kommt zwei kommst du mal bitte hoch ich gehe mal gerade hoch pass auf da ist einer ich werde sterben wie weit der fliegt ich möchte was ich möchte irgendwas davon haben jetzt habe ich die brustplatte nicht ja hier und hier ja schuhe brauche ich ja auch so wie viele dias habe ich denn ich habe noch sieben ach so ja dann wäre es mal toll wenn ich die haben könnte so bitte sehr danke so jetzt bin ich auch endlich mal voll dir jetzt können wir weiter jetzt können wir gewinnen und weiter bist du da gut schaffst du es hätte ich bestimmt geschafft habe ich das denn geschafft nicht runter zu fallen ich habe mich gerade auch ich habe den der hat mich zweimal geschlagen ich bin gar nicht runter gefallen habe ich bin jetzt nochmal mlg geschafft ich auch und jetzt diesmal nicht er ist tot ich habe 29 eisen so jetzt was hat er denn okay ich möchte mal was versuchen ach es gibt nur noch einen anderen typen wie ich auf mein tausendsten will wo bist du ich bin unten warte ich nehme mal die noch die es verzaubert so ach ja genau warte ich muss gerade paar level sammeln dann habe ich schärfe 3 oder kommt er ja schon er ist wohl die ja hilfe ja ich komme gleich warte 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 so ich habe schärfe 3 ok plus knockback 1 ja so der letzte spieler dann habe ich meinen tausendsten wenn hier ich werde so traurig sein wenn wir den nicht kriegen wir werden es schaffen ok oh god der hat 5400 kills ach egal nichts riskieren ne ja oh nein fast ja ja danke fürs wasser jetzt kann ich hoch er ist runter er ist runter ja ja habe ich ihn ja ich habe meinen tausendsten win wuuh gg gg tausendster win oh der hat es nicht gelesen schade so leute jetzt muss bitte das ist schon aktualisiert haben dann seht ihr da die tausend ja ich sehe es schon warte stats all ja gewonnene spiele tausend stück wuuh gg ja ich habe es endlich geschafft nach fast über zwei jahren skywars wuuh und trotzdem noch kein terminator nein spaß ok leute ich denke mal dass es von dem video war und nein kein kurs g oh du gehst einfach raus ah ok so leute das war sich zum video ich habe jetzt meine tausend wins endlich erreicht und ja das video ist auch ziemlich kurz glaube ich es nur eine runde oder so also ja habt ihr mal ein kurzes video hoffentlich stört euch das nicht ja willst du noch irgendwas sagen ja gg auf jeden fall keine ahnung wie lange du jetzt dafür gebraucht hast zwei jahre ja ich finde es gibt skywars seit 2015 glaube ich 2015 sommer oder so ja dann auf jeden fall dir herzlichen Glückwunsch dankeschön ja und wenn es euch gefallen hat dann könnt ihr auch ein deutsch nach oben da lassen das würde mich sehr freuen und tschüss 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 tschüss